Wie ist es eigentlich, Zirkusartist bei Cirque du Soleil zu sein? Das werde ich heute herausfinden, denn ich bin backstage bei der Show Kurios in Düsseldorf. Wie crazy ist eigentlich diese Bühne erstmal, wenn alles leer ist? Und dann ging es auch schon zu den Kostümen. Da durfte ich einmal diesen Mantel anziehen von einer der Hauptpersonen. Danach bekam ich einen sehr besonderen Drummer-Workshop. Und das ist natürlich hier nochmal ein bisschen Next Level. Und ich hatte Knoten im Hirn, aber ich bin ganz stolz eigentlich. Mir wurde zumindest gesagt, das hat ein Gast bisher sonst noch nicht geschafft. Anschließend durfte ich diesen talentierten Verrenkungskünstlerinnen beim Training zuschauen. Das war extrem krass und die machen das alles auf einer gigantischen Hand. Mein nächster Stop war bei einem Training mit Anne. Sie hat einen sehr besonderen Act, den gibt es weltweit sonst so gar nicht. Und zwar ist das an einem Fahrrad. Und wie ihr seht, ist das nicht so leicht, wie es vielleicht aussieht. Ich überlasse die Bühne, deshalb lieber mal den Profis. Ich konnte es aber nicht lassen und habe mir natürlich hier nochmal ein Duell mit dem Jongliermeister gegeben.